So, beides fertig? Beides fertig. Dann sneaken wir uns jetzt mal überhaupt nicht raus. Auuuuh. Kopieren im Felsen um die gerockt, oder? War es nicht hier? Doch, da. Lokta! Bitte sehr. Bitte sehr. War es da, war es da. Wir haben ja komischerweise immer noch angezogen. Lebt wohl, mein alter Freund. So, da war am sterben. Ich hab ihm seine letzten Wünsche noch erfüllt. Das ist ja schön. Okay, dann müssen wir jetzt da hoch. Laufen wir das Stückchen, ne? Sicher nicht hier. Dann haben wir eigentlich nur noch hier oben den Part. Der wird jetzt wahrscheinlich auch kommen mit den Quests. Und dann nur noch hier die Iron Siege Works. Dann haben wir den Part auch schon fertig. Ich weiß gar nicht, ob es schon mehr Gebiete gibt. Werden wir sehen. Wie gesagt, es ist halt noch Early Beta. Es wird alles noch kommen, aber wann weiß niemand. Außer Blizzard vielleicht, wenn überhaupt. So, Frostsplitter und Frostblütenblätter. Krieg ich schon mal nicht vom Töten. Die liegen aber auch nicht rum. Was wird's mit dem hier auf sich? Ach, und den krieg ich auch nicht. Ich muss den hier tun. Den da auch nicht. Äh, da liegt was rum. Okay. Das sind die Blätter. Von wem krieg ich dann die Sprit ein? Nicht von den Mods, die hier rumlaufen. Oh, meine Liebesrakete. Ist die nicht wunderwunderhübsch? Ich brauche mal 10. Oh, ich kann mir die Ecke weg, du Schweider. Und da war meins. Hier liegen noch genug. Trotzdem meins. So. Kommt direkt auf mich zu. Okay, so. Blätter haben wir. Wie kriegen wir denn die Splitter? Mhhh. Ihr könnt sie von den Eisfurien besorgen, wenn ihr einverstanden seid. Eisfurien. Das sind Eisfurien. Das sind keine Eisfurien. Das sind keine Eisfurien. Ich hätte halt auch gedacht, dass die das dort mal, aber es wird halt zumindest nicht angezeigt. Schauen wir mal. Ja. Der hat schon mal nichts gedrückt. Hm. Mysterios. Aber vielleicht buggt die Quest auch. Man weiß es ja nie. Das ist immer noch ein größeres Problem in der Beta. Du weißt schon immer bei Release nicht. Irgendwie buggt das aber bist du noch zu doof dafür. Ja. Und in der Beta ist die Chance, dass es buggt halt um einiges größer. Das ist immer noch verunsichert. Ja, aber die Tropen ist. Ja. Wird halt nur nicht angezeigt. Oder weil ich es nicht ausgewählt habe. Wird auch so nicht angezeigt. Wird auch so nicht angezeigt. Egal. Ups. altre nicht eingezeichnet. Schlimm schlemm. Jetzt werden alle sagen. was, das geht ja noch, ihr damals so noch auf dem Bauernhof lebten das waren schreckliche Dropchancen als wir noch unsere Rezepte für unsere Berufe gefarmt haben mit 0,00001 Dropchancen ihr beschwert euch darüber, dass nur jeder zweite Dropteile sind cool aus komm, level 100, der wird mich platt machen ansonsten hätte ich jetzt schon Lust, dem einer überzubraten aber ich habe das Gefühl ich werde eh denn dich verrecken mit einem oder zwei jetzt ich könnte ja mal zum Spaß zum Spaß verfehlt, verfehlt, 400 Damage wenn die schon kein Damage machen ich glaube, ich werde auch kein Damage machen warum erfolgst du mich denn jetzt? ich habe doch nichts getan geh weg oh, hier gibt es eine Quest danke, dass du mich zu der Quest gebracht hast du kannst jetzt gehen danke habe ich mir schon gedacht aber ich wollte es mal testen für euch tue ich doch alles außer Steppen aber das habe ich auch schon getan so, hier war der Questgeber was haben wir denn hier? wenn wir irgendwas uns noch da oben schicken wir haben auch noch eine Quest auch was von dir denn jetzt hier? verpiesel doch gut, das muss ich sie eh sogar töten mit der Quest die ich gerade angenommen habe dann ist ja noch auch, äh, okay so Typ hat umgedreht hallo, könnt ihr aufhören hier zu kämpfen? das sind meine Gegner meine Keime da kämpft schon wer hmmm auf, auf, und da vorn hmmm oh, ich merke gerade eigentlich könnte ich ja voll gut tracken wie lange mein Part geht, ne ich müsste mich eigentlich nur immer buffen aber dafür bin ich ja zu faul ich meine, das ist ja eher eine Art Let's Play von daher müsst ihr ja nicht in jeder Folge eine An- und Ab-Moderation erwarten ich werde es halt einfach so cutten wie es gerade im Gebiet der Quest hier auch immer passt sowas werden wir so, keine Ahnung, um die 20 Minuten haben das denke ich mal ganz gut das ist nicht zu lang aber halt ein bisschen länger damit die Leute die Yobi halt interessiert bisschen länger was zu gucken haben und ich werde die Part halt auch täglich raushauen statt nur irgendwie alle zwei Tage oder einmal die Woche oder so und ich werde die Part auf den Schneelauer der hat nämlich noch um einiges mehr HP wenn es gerecht ist der hat leider nicht gedroppt das ist jetzt natürlich nicht gut kommt so ein neues Vieh aus dem Boden aber brauchen wir den da ne nehme ich auch so langsam, oder? kommt mir das schon wieder nur so vor da wollte ich nicht anspringen dann halt nicht soo peng 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 wea du droppst nicht ich hab gedacht wea du droppst nicht dann bring ich dein Bruder an selber schuld das ist ein Typ den ich schaffen könnte würde man gerne alleine mit dem kämpfen auf gehts ach läuft doch wie geschmiert hier da macht er nicht mal damage was sind ein paar mehr was sind ein paar mehr mehr kommt ihr denn alle her? sterbt alle wer hat sich das gedroppt denn? Garnisonsdinge hm aber sonst nix mal wieder für mich soo wir müssen doch in einer anderen Richtung abgeben oder mach ich erstmal die Quest? ne könnten nämlich neue sein aber ich kann ja für euch mal fixe Kappen so gehen wir fix die Quests ab hier nehmen wir wieder neue Kröscht der Mächtiger ist nicht der den grad gesehen haben ne? äh den äh 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 gesucht Kopfgeld für Gondo richtig Quest ne äh 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 annehmen E.W.I. Jenkins-Style steht da drin, Spieleanzahl 3 Schamasch Schaffung noch zu zweit Go go Euer Fry Ich buff dich sogar D.W.I. Jenkins Leeroy Jenkins Mit dem Typen geht das einfach so schnell, ich weiß nicht, was der hat Na, ehrlich Ich weiß nicht, was der für ne Gruppe sucht Du kennst dich, ich weiß nicht, was der für ne Gruppe sucht wo ist denn die quest was für eine garnitionsquest scheinbar muss man zumindest da abgeben tja dann sehen wir uns gleich wieder wenn wir bei der quest da oben angekommen sind natürlich sind wir mal geschnitten einfach weil wir hier ja schon oft genug jetzt lang gelaufen sind was sollen wir jetzt hier machen? Grosch den mächtigen töten werft eine Fiole voller Ogron Abwehrmittel um Tempo und Rüstung von Grosch den Mächtigen... oh fuck tot ne? nur weil ich gewartet hab... ach so es wird auch hier wieder nett sein naja dann warten wir halt bis gleich ups hab ich vergessen aufzunehmen ach ich bin auch durch egal war nichts besonderes hab den Typen umgeklatscht so wie immer mit dem Ruf zu den Waffen sooo warum nehm ich dann jetzt auf? gute frage wenn ich da jetzt rüber laufe ach ja immer dasselbe mit mir wenn ich schneide ne? was geht hier eigentlich ab? hm ich muss mal wieder rüber kommen dann wo die trotzdem in der Luft waren und du die deshalb nicht angreifen konntest weil die immer außer Reichweite angezeigt wurde dann sammeln wir mal bisschen Sachen an gut ab was guckst du mich so an? was guckst du mich so an? das Ding oh man da oben greift mich aber auch dann musst du jetzt einfach sterben hallo schubst du mich denn? da noch was am Arsch so mit Sperr bekommen sowieso nen harten noch Ketten haben noch Ketten irgendwas kunst mich hier an ach so ein Jagdhorn da kann ich dann irgendwas schmieden wenn ich die ganzen Sachen hab den brauch ich gar nicht der ist schon mal scheiße lass mich doch in Ruhe ja was soll denn das? so Ketten hab ich halt auch noch die Haken um auf zu entkommen zu niederziehen hey hey das ist nur einer von drei Leuten dann Charge hat irgendwie auch Spaß im Bären zu kämpfen weil er ist irgendwie recht stark und ihr guckt wieviel die an Damage kriegen und wie wenig ich da an Damage kriege plus dadurch dass ich halt immer so viel Wut habe eigentlich fast immer voll und mich halt richtig gut heilen so jetzt müssen wir jetzt hier irgendwo zusammenschmieden habe ich gesagt wenn wir jetzt nicht überall Rocks spawnen würden ich muss da noch irgendwas gleich machen aber egal machen wir einfach die Quest hier dann ist das hier ein Angler oder? so ich steck mal einfach hier oben bestimmt gut guten Tag ähm 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 die Quest auch fertig kann auch hier irgendwo abgeben na ich lauf mal lieber runter bevor ich wieder in 5 Gegner springe wie gebe ich das denn hier ab? irgendwo dahinter da muss ich wohl doch da lang so Planck ne wie kann ich denn ach so ich will den immer noch töten tun der ist halt so stark wir verfehlen halt viel zu oft allein schon mit 92 eine Kette äh was haben wir eigentlich so alles bekommen hier wieder das war noch das alte, ne? das war auch alt die haben wir sonst das sah haben wir auch schon gewechselt das hier ist ein Schild ach so das war das Quest-Item haben wir ein paar Pflänzchen und das hier können wir so ans wunderbar so sind wir aber soweit eigentlich völlig bis auf das Bonus-Ding aber darauf scheusen wir ja jetzt zwar ich sehe eh wieder nur Töte bestimmt um ein paar Viecher dann brauche ich jetzt nicht alle gegen ich sage mal die Quest abgeben porten in die Garnision und sehen uns dann hier rechts am letzten Teil denke ich mal wieder können wir nicht irgendwo gucken mittlerweile wie viel ach so hier ne ich sehe nur die Hauptquest Schlacht am Donnerpass fehlt noch aber ich sehe nicht wie viel Quests ich allgemein hier fällig habe oder? ach so das hat ja manchmal Achievements gecheckt ne ne ich will ja auch gerne mal gucken ich will erstmal die Quest hier abgeben ich habe schon wieder mal ein Home bekommen das kriege ich heute so oft alles klar ja keine neue Quest bekommen wir können ja mal gucken Achievements wer es überhaupt schon gibt Quests Dreh nur wir sind jetzt im Frostfeuergrat oder? ja äh äh aber auch nicht das was ich meint sei denn die haben das jetzt geändert ich wollte das wo man sieht wie viel wie hundert Quests abgeschlossen von ja so wie es hier immer war das gibt es hier scheinbar nicht mehr hm dann äh weiß ich auch nicht egal dann wollten wir uns jetzt zur Garnisierung und geben da die Quest ab dann müssen wir mal gucken wie wir nach da kommen ich weiß nicht ob wir da rüberfliegen können Durotan soll auf jeden Fall schon drüben sein